Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Darfers. Heute gibt es ja unter der Forest, der sechste Part oder der fünfte, was ist jetzt? Sechste. Okay, passt. Und wir holen jetzt wohl nicht, wir müssen Flamme abholen. Alle Leute, ich bin dort ganz unten gefangen. Ja, die Sochter war. Und ich habe es jetzt gerade geschafft, mich da hoch zu raken. Und jetzt bin ich hier mitten im Wald und sehe keine Bäume. Ja, die Sochter war der Flamme. Ich sehe Bäume nicht, Alter. Alter, du schneidest raus. Okay, danke. Ich bin da für den Short, ich bin für Weisheiten. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wie geht der Spruch? Ach man, ich weiß es nicht. Lieber es mir jetzt immer mehr Sachen. Wie bitte? Ich habe eigentlich immer mehr Sachen für den Werseitenkanal. Ja, 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 ich hätte gleich eine. Nein, 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 ich bin keine. Oh, hier ist eine Leiche. Ich renne die Rezüge, muss ich dir. Das ist witzig, was? Ja, hier ist es spannend, hier ist es abenteuerlich. Das ist witzig, was? Ja, das bereue ich, wenn du irgendwann mal einen Kanal über mich machst, was ich dir eigentlich lustig mache. Das habe ich sogar so vor. Nein, auch das Böse. Das ist eine Flamme. Oh. Ach übrigens, bei den Weiterfindensspielen, ne, soll die Karte, glaube ich, drei oder vier Mal zu groß sein wie das hier. Cool. Ich meine, ich bin sicher. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich mich sehr krass über die Forest informiert habe. Und über den nächsten Teil. Das war ein Link, Freundchen. Und die davor, wo wir uns über das Let's Play erkundigt haben, wie diese Sachen sind. Wir haben ein paar Geschichten, wir haben ein paar Geschichten. Ich sage nichts über meine Leiche. Ähm. Was? Stehen welche bei mir? Du hast mal Gegner gefunden? Ja. Die werden wütend, da desto mehr du tötest. Ah, ich bin nicht allan. Oh. Kommt ihr. Ich will ihre töten. Mit denen hier zu spielen ist. Es gibt nur Ärger. Kommt ihr. Freunde, kommt ihr. Ich bin gerade bei dem Flugzeugabstürzding gelandet. Wo ist ein Flugzeug abgestürztes. Wo sind die denn? Ich will nicht viel. Wo ist doch deren Beine essen. Ja, ich habe Alkohol gefunden. Auch Knochen. Ich habe einen Ball. Kommt der jetzt eigentlich auch irgendwann mal. Du gehst weiter weg. Ich renne nicht weiter weg. Doch. Was? Was? Was bildest du dir? Ah! Ich gehe. Also ich dachte, es wäre was. Das war mein eigener Schatten. Dann gehe ich wieder nach Haus. Tschüss. Das war mein eigener Schatten, vor dem ich wieder schrug. Komm bitte her. Ja, das war nicht so weit. Ich komme ja schon. Gut. Ich kann keine Tabletten mehr aufsammeln. Aber ich bin dir noch so viel dagegen laufen. Wer ist wirklich nicht möglich? Ich bin gerade im Flugzeug. Mal wurscht. Ich habe nichts mehr als Rekord. Kannst aber nicht sein, wenn wir ihn mal entgegenlaufen. Du bist nicht nicht. Ich habe gerade für uns so dann so weiter eingesammelt. Ist ja okay. Ich komme ja. Ungeduldig. Du bist die Woche runtergekommen, wie muss ich dich jetzt holen oder wie? Ich bin doch schon wieder einmal oben. Ja. Siehst du, das war jetzt so schwer. Nein. Ja, es ist generell nicht oft. Ich sehe dein Gesichtsausdruck, du. Du grinst. Weiß. Ich darf es trotzdem. Bleib doch mal stehen, du Held. Nein. Ich habe Angst ganz allein im Wald. Gut so. Gut so, ich gebe dir gleich gut so. Ah, ist ein Dorf. Oh nein. Nicht töten. Oh, hallo. Bruder. Oh nein. Was sage ich sie eigentlich? Er tötet die Viecher. Ah, meine Ohr. Ist das viel zu laut? Oh, wie der gerade geschrien hat. Mein halbes Ohr ist abgefallen. Er sagte, es ist nicht zu töten. pistore. Nein. Du dich jetzt mit dem Freund. Bambam. 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 Gut so, sag ich doch. Man kann es auch anders regeln. Dann wirst du. ja ich team es ist eigentlich verboten im team sitzt mit ihnen sofort das ist unser neue kamerade jetzt lieber dich ich würde gern bei du weißt schon dass der dich beobachtet und da eine ganze gruppe holt natürlich kommt schon mit der gruppe ich weiß alles über die vier ich ja also ich bin schon mal schnell weg nach gleich die gruppe gut aber ich bin gleich es ist nicht schon wieder was ist denn feste darunter oder was ein bisschen hält eine frage wie komme ich jetzt ohne schaden zu bekommen ich erfriere gleich es war eine super idee so weit weg zu laufen keine idee ja nein deine idee da gebe ich dir recht danke ein tipp trink alkohol und ich bin mitten im meer ich kann auch schlecht alkohol trinken ja ich bin durchs wasser statt außen rum zu laufen was denn ich krieg mir aber ja das ist ein halbes mehr durchschwimmen ja ja was glaubt oh der ton von einem spiel ist so abnormal laut wir platzen leichte ohren wenn ich aber jetzt ist leichter mache und ich dann angegriffen werde sterbe ich das gehe ich nicht also leute wenn man bald die ohren platzen dann nichts am spiel ist okay ist okay dann hat es halt keine ohren mehr ja wohin ein jahr unserer alte bs früher verdammt doch hier wenn die macht nerven den ja das war ein gutes hart hier ist ein halbes dorf hat so eine müde schon wirklich ja das stimmt da mache ich diese wunderschöne untertitel an die auch wirklich springen ist es so bedeppert die untertitel noch youtube schlechte zu machen ja du machst das das ist dein kanal gerade ich bin wieder da ich gehe jetzt da ganz entspannt auf die holz ding und du mal den tonleister drehen und lass dich mal kämpfen ich kämpfe ja viel spaß doch klochen ich brauche bei eine eine laut habe ich nicht vor ist gesteckt ich wollte doch bei namen ist gemein ich wollte daraus feiner machen kraft die werkzeug zu verbieten uns geht den hammer kraft sind haben wir wieder wichtig sehr wichtig heißt wurden da kraft hat man den der stöcke einstein zwei stoff und hart der helvige kraft sachen aber in deswegen deswegen ganz wichtig ist ich spiele jetzt besser ich habe mich verkraftet ich habe es gut wo soll ich reparieren weiter gehen wäre es dann wichtig was dann so wenn wir angriffen ist und reparieren auch ganz kurz eine sekunde super ich bin wieder da und du musst nichts rausschneiden du hälte ich habe mich umgestellt die schade und schneiden okay dass ich mich nie wieder stumm ich habe die beine ich habe die bei der sieger holt also statt sie zu essen sollte man ein ding bauen ein ding okay ein ding ja so ist genau das ist ja diese totems ja ich will ja auch mal ein beitrag über die ganze stoff durch hier was du schufst du ja ich würde sagen das ist eine folge ich das ist alles raus das sage ich von amnestern dann töte leute ich finde es nicht wo ist das ich komme zu dritt ja soll ich dir helfen ich habe keine ahnung wo die totems sind ich habe keine ahnung wo die totems sind die da ist aber jetzt noch ein arm dann könntest du eventuell mitnehmen hier ist normal ist der ist noch ein arm nimmt aber bitte mit wir haben keinen platz mehr für wir wissen bald schon wieder so ein ding bauen für essen ich höre die ganze zeit nur wie eine frau ja ich sage jetzt mal nichts ich sag nichts lass doch mal die art die armen einwohner in ruhe ich will fleisch ist so schnell wie wir auf 13 können wenn das so weiter tötet möchtest du das mit sterben oder was lachen wirklich sterben die ganze spiel wenn wir nie sterben würden in den netzplay was ich nicht glaube ich glaube immer freund du stirbst an immer und blocke nein also ein abteil schaue ich dass du stirbst welche bei den bei den lieblings spot auch da musste nämlich lang wenn du den boss besiegen möchtest er musste mit mir hin ich sehe das oder was der nase der nase warum er hält so ist du musst du nicht aus die rüstung bringt gar nichts wie geht die geht direkt wieder kaputt nein tut sie nicht die geht fast direkt kaputt nur bei dir das ist halt so die monster schreien die ganze zeit bei ruhe kaum tötest du welchen schon kommen die schuld ihr siehst doch so in bin ich schuld weil ich für alle schuldig gemacht ist immer das ist nicht immer so natürlich jetzt hier nicht unschuldig leute die sehung ist anstrengend was für du ich würde bei der gefalle gelaufen sie ist und zu mir sagen leute das ist eine hassliebe zwischen uns beiden doch doch was ist es dann weiß ich nicht ach wie schön es ist auf dieser schönen kleinen insel jetzt müssen wir noch unseren sohn retten und dann ist alles gut ja und du und ich muss dich überlegen dass du keine viecher natürlich so gut ist auch so eine fritte frau kommt natürlich noch nicht tötend die drei frauen da ach so ich habe einfach nur für eine frau verstanden ich darf nur was ich meine ja jetzt schon nur ich war gerade kurz ja verstehe ich weiß ja ich habe mich über die frau übrigens informiert ich kenne die schwächen und stärken und alles ich kenne alle statistiken von dem viechern ich sag doch immer immer mit planen statistik drangehen bei den gegner ja obwohl du wahrscheinlich wieder ohne system reinhauen wirst ich weiß es jetzt schon so klar das ist taktik von mir das ist taktik bam 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 ja wir bei meiner folge hingehen werden wohl ja obwohl das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu das jetzt gerade haben wir noch alle tabletten und kriege und so weiter voll ich habe gekochtes fleisch momentan ich habe keine regel ich habe es aber auf gesammelt so wenn die bei mir nicht gespeichert umfähr belastend könntest du meinen gefallen tun da wird sich zu tun nein könntest du mal so gegeben und zu gucken ob das wirklich im back ist oder ob es einfach nicht eingesammelt habe warte ich komme wie zusammen stein aus dem gebauten weg oder was steinmauer privatwelt system kapitel so kannst du es jetzt mal probieren bitte es war gerade fleisch habe ich nur gar mit fleisch gehauen ich sehe sie wirklich nicht doch dort sind sie ich habe sagen wenn die eingesammelt okay soll ich habe die vorfalle sind echt gerne ausgeln wenn man sich so machen normalerweise ist das mein shop cloud bei meiner arbeit genau fing gerade über den lamborghini gesprungen nein ich will nicht verneinen ich will nicht wenn du ist das was ich gerade gemacht habe ich will von schießen willst du nicht wissen du bist du was du machst du bist das früh genug versporn so meine schöne bein und meine schöne arme sind jetzt auf ihn zu mir übrigens die leute tötere selbst essen müssen so eine beine beine ich habe die beine beine ich habe die beine verkocht ich will sagen das war eine folge wir sind zu bezahlen sie müssten ich noch sagen ja ja und zwar leute genießt immer die beine von den gegnern und teils teils Vielen Dank.